Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und ich tada jetzt hier so ein bisschen rum und mache noch den nächsten weiter ähm, apropos den nächsten weiter, weil ich wollte jetzt eigentlich gar nicht den Spieler anpassen, sondern ich wollte jetzt eher hier rauf gehen, nämlich wir haben jetzt eine Spielerstärke von 84 das heißt also eigentlich müssten wir jetzt zu einem Team gehen, was jetzt ein bisschen größer ist muss ich jetzt noch überlegen, welche Teams überhaupt diese Stadien haben ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich jetzt nach Deutschland wechseln sollte ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich das eigentlich nicht machen möchte aber ich glaube für die Aufgabe hin müsste ich irgendwie sowas in der Art machen dann war ich auf jeden Kontinent so, oh, gut ähm, so und, oh, die haben jetzt fast selbe Trikot wie wir, aber nur fast Fanbegeisterung, ja, außerhalb, ja nur ein Torschuss, da steht nur ein Torschuss, ne, da steht Torschuss einmal Torschuss von außerhalb des 16ers und das Final Tor zu erzielen, ja, komm soll ich, soll ich, soll ich nicht, nein wegen Final Tor ist es okay, aber ja 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 ich glaube, wenn er, wenn diese Saison mit Kirate durch ist gehen wir wieder zurück gehen wir, ähm ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass gehen wir in den Städepokal damit das auch mal so ein bisschen abwechslungsreich heißt, ne wir haben noch nicht mal diese, die, die Saison durch von diesen, ähm diesen anderen Mode Mode diesen, äh, Trainer Modus ja, hier war ja ein bisschen absichtlich unterbrochen und, getroffen so, 50 Sternstunden unten angezeigt das haben wir, heißt, wir haben jetzt auch die 50. Aufgabe bestanden und das von außerhalb des 16 Meter Raums ja haben wir getroffen das heißt, also jetzt ist nur noch die Aufgabe von innerhalb der 16 Meter Raums zu treffen das darf ja eigentlich nicht zu schwer sein das ist nämlich hier machbar 2 0 und das finale Tor ist ja aktuell das haben wir aktuell auch drin also alles perfekt, alles super alles im Grünen nee, die Lust und Laune ist auch ehrlich gesagt nicht so wirklich da dass, äh, dass ich, äh den Trainer Modus spiele ehrlich gesagt habe ich wirklich mehr Lust jetzt momentan, äh, andere Sachen zu machen ne, Städtepokal und danach das Turnier je nachdem, wie ihr euch entschieden habt Finale Tor erzielen nur noch das 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 Finale Tor erzielen jetzt mach Junge 26. Spielminute sind wir erzielen ich dachte, wir sind jetzt schon irgendwie in der Säge beim 50. oder so das ist, es geht ganz schön, ganz schön langsam oder will ich das Spiel nur eher oder kommt mir das einfach nur so langsam gerade vor das nicht zu erzählen geht es gibt eigentlich sehr viel zu erzählen aber relativ viel Unnötiges und das geht raus nein, ja, schön gemacht ach Leute, das hat er so schön gemacht das hat er so schön gemacht Domino's Pizza bestellt dort wenn ihr mal in Arabien seid oder ist das ne technische Firma oder so und für Pizza ist irgendwas steht für irgendwas vor der Frage steht das da auch nochmal ne, passen wollte ich jetzt eigentlich nicht aber gut wir sind verschleimt mittlerweile so mit Grippewälde und so und Trevor Patrick Patrick Kirate Nummer 17 ja die Nummer 17 ja die Nummer 17 die hat jetzt hier getroffen die hat jetzt hier getroffen die hat jetzt hier getroffen ja manchmal drücke ich weg, manchmal nicht man mag sich das kaum vorstellen warum aber für diese Highlights Dings da da werde ich da werde ich eigentlich immer nur das Originalmaterial benutzen außer ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist die andere Kopie zu nehmen ist das hat das Stand und ich sag mal so 3,0 kann man rechnen kann man mit kann man mit gut auskommen warum das mit der Teamverwaltung jetzt eigentlich gerade so ein grau hinterlegt ist das werdet ihr bestimmt noch später erfahren nicht jetzt jetzt später sondern vielleicht im nächsten jahr im nächsten jahr meine ich 2013 und so oder wir schaffen das sogar noch hier jetzt so in diesem durchgang na das wäre ja was obwohl es ist es ist ja schon es ist ja schon es ist ja schon Adventszeit Advent die Türchen gehen auf oder so ich weiß gar nicht wann das hochgeladen wird hier unten können die Leute die jetzt bei YouTube sich das gerade angucken können ja nicht runter scrollen und sagen oh das ist der 29.11. obwohl der 29.11. ist relativ unrealistisch das müsste sogar schon das müsste wir sind schon müssten eigentlich so Mitte Dezember sein wenn mich das jetzt hier nicht alles irrt wenn nicht sogar kurz vor Weihnachten zack oh vorbei er ist einfach vorbeigelaufen haha und zack und nein wechsel schade ecke Eckball und na gut na gut weil solange die ja keine Tore machen habe ich ja das finale Tor auch erzielt das finale Tor heißt ja auch automatisch wenn es ein Gegentor ist ist das das finale Tor das ist ja der Punkt deswegen das ja auch manchmal so ein bisschen fies ist wow dran vorbei und jay ganz locker ja ganz locker rein gechippt Kirate ganz locker ganz cool ganz locker gemacht die Verteidiger waren auch wieder völlig verwirrt ne zack ganz locker rein geschippt eine Minute Nachspielzeit wir sind in der neunzigsten und er dürfte jetzt eigentlich nicht mehr schießen genau einfach nur den Ball vertändeln irgendwie aber jetzt nicht selbst im Gegenzug treffen genau ein bisschen Spielaufbau danke alle vier Tore sind meine und damit auch alle vier Missionen erlebe 50 Sternstunden Werbetafel 2 Erziele 50 Tore anwesend 10 und Level 4 erhöht sich noch mehr oder oder müsste aber auch allzu viel nicht mehr sein ich glaube das war ein bisschen zu spät ne war richtig perfekt vier vier Boosters wir nehmen mal den hier wir nehmen mal den hier wir nehmen mal den hier oh da oh 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 wir haben Stadion und Schuhe wir haben Stadion und Schuhe wir können jetzt neue Schuhe uns anschauen ähm als erstes verbessern wir unsere Qualitäten und ich glaube genau den Runden brauchen wir gar nicht mehr zu beachten so bestätigen jetzt müsste eigentlich die nächste Sache freigespielt werden doch nicht ich hab mich gehört stimmt bei 85 haben sie es ja noch nicht ähm wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder zu diesem Spiel das da jetzt angezeigt wird bis dann und tschüss